So, vielen Dank. Es haben sich hier schon so diese ganzen bilateralen Gespräche ergeben und die waren, glaube ich, auch fürchterlich fruchtbar und es war sehr schwierig, da die Einzelnen wieder loszueisen. Nichtsdestotrotz, also wir haben 72 Anmeldungen nach Liste und wir möchten natürlich, dass jeder von Ihnen hier, wenn er auch nicht direkt zum Zug kommt, seine eigene Frage zu stellen, aber zumindest zu hören, was hier mit unseren Panelisten eben im Nachgang noch diskutiert wird, wo hier Anregungen ausgetauscht werden. Wir haben eine Stunde vor uns und nur ganz kurz zu Logistik, weil ich denke, es ist immer wichtig, dass Sie wissen, wie wir arbeiten. Wir würden diese Session gerne auch wieder aufzeichnen. Das heißt allerdings für Sie, Sie müssen jetzt nicht auch vor die Kamera gehen, sondern wir haben hier ein Runner-Mic und wo ist denn die Frau Schäfer? Die Frau Schäfer da hinten, die hat ein Mikrofon und aufgrund dieses Mikrofones wären Sie dann in der Tonaufnahme mit drinnen, aber es gibt jetzt keine Kameraschwenk auf Sie. Falls Sie auch möchten, dass Ihre Tonaufnahme nicht in dem Video erscheint, dann gehen Sie doch bitte im Anschluss gerade an das Videoteam und dann notieren die sich das und schneiden Sie da auch raus. Ja, nur wir möchten halt, dass möglichst viele Menschen hier partizipieren können und möchten aber auch Ihre Persönlichkeitsrechte hier gewährleisten. So, in diesem Sinne, gibt es denn schon direkt hier eine Frage aus dem Publikum? Ja, hier die Dame in der zweiten Reihe. Also einen Moment warten mit dem Mikrofon, dann hört es jeder und die Nachwelt hat es auch. Mich würde interessieren, weil ich das zum ersten Mal von Ihrer Schule höre und total begeistert bin, wie ist der erste Impuls entstanden bei Ihnen? Sie werden ja irgendwann auch eine Vision gehabt haben. Woher kam dieser erste Impuls? Ich hoffe, die ist nicht so persönlich, die Frage, aber mich würde es einfach sehr interessieren. Also der erste Impuls fliegt schon 39 Jahre zurück. Ich bin nämlich schon 39 Jahre im Schuldienst und ich war 17 Jahre am Gymnasium und da habe ich immer schon anderen Unterricht gemacht, immer draußen, immer Projekte, immer Sachen in die Welt gebracht und dabei habe ich gesehen, was Kinder eigentlich alles können und wie die dabei aufblühen. Und dann habe ich drei Schulen aufgebaut und dann habe ich es immer weiterentwickelt. Und jetzt die Schule in Berlin, die hat sich dann neu aufgebaut und dann haben wir von vornherein so gearbeitet. So ähnlich hatte ich auch schon an der großen Gesamtschule im sozialen Brennpunkt in Essen gearbeitet. Und jetzt gibt es aber eben auch Schulen, die schon bestehen und sich umwandeln, die schon ganz alt sind oder die vielleicht fünf Jahre alt sind. Und der Impuls ist eigentlich sowas, was Sie gerade sagen. Ich bin total begeistert. Also wenn wir die Leute anstecken und wenn die begeistert sind und in der Regel sitze ich ja nicht alleine da, sondern ich nehme immer Schülerinnen und Schüler mit und die begeistern erst recht. Und dann kommt es darauf an, ob man jetzt Einzelperson ist oder ob ein halbes Kollegium dann angesteckt wird und dann geht es so weiter. Also wenn man dieses Format Lernbüro heißt das bei uns mit dem selbstorganisierten Lernen nimmt, da ist jetzt eine sehr große Unterstützung. Ich weiß nicht, ob Sie gerade unten waren im Plenum. Im Education Innovation Lab werden jetzt eben ganz tolle Lernbausteine hergestellt, die man kaufen kann als Unterstützung für andere. Weil Material selber zu machen ist schon hart, sage ich mal. Und wir sind einfach, wir haben das einfach immer gemacht. Und wenn nicht alles da war, war das auch gut. Also unsere Schüler sind so richtig Pioniere. Ich habe das so empfunden, also wer bei Herausforderungen ins Ausland will, der muss vor die Schulkonferenz und quasi sich sein Okay holen. Da waren so drei kleine Jungs, die wollten Permakultur in Portugal machen. Also wollten da mithelfen. Und dann haben sie gesagt, kannst du auch in Deutschland machen? Nein, haben die gesagt, nein. Ich hätte das aufnehmen müssen eigentlich. Wir sind doch hier Pioniere. Ne, die haben gesagt, wir sind da in Portugal und da gibt es das doch nicht und in der Gegend zum ersten Mal und wir helfen jetzt mit, das aufzubauen. Und wir sind doch Pioniere. Wir sind da auch Pioniere hier für eine neue Lernkultur. Und die hatten das so begriffen. Und was eben toll ist, wenn nicht alles perfekt ist. Das ist das Beste, was passieren kann. Oder wenn, die Schüler haben uns auch mal Rückmeldung gegeben und was nicht funktioniert. Da haben die alles miterlebt. Also die haben miterlebt, wie toll scheitern sein kann oder Fehler zu machen. Und der Perfektionismus der Lehrer ist ja auch ein Hemmnis. Führt zur Beginnungslosigkeit. Erst wenn alles, alles, alles so fertig ist, dass man meinte, man hätte alles unter Kontrolle. Und das ist eigentlich genau falsch. Das hemmt einen ja auch so, auch die Schülerinnen und Schüler. Und jetzt habe ich mich so gefreut. Da sitzt ja eine Schulamtsleiterin. Das müssen Sie sich vorstellen. Da kriegt eine E-Mail von einer Schulamtsleiterin. Können Sie mir vier Schüler ausleiten für eine Roadshow durch meine Schulen. Die Welt ist schon anders geworden. Jetzt haben welche, gestern, als hier die Lufthansa zu Besuch war, da haben Kinder von den neuen Bausteinen erzählt, die das Lab macht, Lernbausteine. Dann haben sie gesagt, oh, das macht uns so einen Spaß. Und du bist wie der Polizist. Das ist so irgendeiner. Da musst du so eine Polizistenrolle einnehmen. Und tolles Lernmaterial macht einfach auch super Spaß. Das ist so. Und das ist eine gute Unterstützung jetzt. Aber der Zündefunke ist so angerührt sein. Und das ist am besten, wenn du es siehst und fühlst und es nicht glaubst. Weil vorher glaubst du es ja nicht, dass die ohne Druck lernen. Jetzt ist bei uns immer, wir haben 200 Lehrer im Durchschnitt. Also die Zahl kann sich nicht mehr erhöhen. Aber jetzt wird es ja bald auch andere Schulen geben. In Aachen ist zum Beispiel auch eine, die, die, da kann man auch immer hospitieren. Aber die, die anfangs, der Zündefunke muss dich in deinem Herzen erreicht haben. Dann ist die halbe Miete drin. Schönes Schlusswort. Dankeschön. So, wo haben wir denn weitere Fragen? Da hinten der Herr vielleicht. Sie waren so schnell. Vielleicht könnten Sie das Mikrofon gerade da nach hinten geben. Hallo. Sie haben vorhin von, oder auch gerade von Begeisterung gesprochen. Man steckt ja auch das Wort Geisterin. Also was sind die Bedingungen, dass eine Schule oder auch eine Organisation wirklich diesen Geist hat, diese Beseeltheit? Sie sprechen auch von beseelten Schulen, vielleicht auch Hochschulen oder Organisationen. Was macht das aus? Worun spürt man das? Und was sind die Bedingungen, damit dieser Geist, diese Seele wirklich zum Vorschein kommt? Herr Schmidt, möchten Sie das Mikrofon? Also erstens möchte ich einfach ergänzen. Es gibt auch Unternehmen, die eine Seele haben. Ich scheue mich auch nicht, diesen Begriff zu verwenden. Also klar ist, es muss irgendetwas sein, was die Menschen angeht. Wir arbeiten zum Beispiel sehr mit inneren Bildern, dass die Menschen in ihrer Biografie forschen. Ähnlich wie die Frage auch gerade da war, was sind eigentlich Kindheitserlebnisse, Schlüsselerlebnisse, was sind Überlieferungen in der Familie, die mir im Hintergrund meiner Tätigkeit eigentlich sinnstiftend sind. Und viele Menschen hangeln sich dem intuitiv zwar irgendwie entlang, haben aber keine Sprache und keine Kommunikation mit anderen dazu. Und dann laden wir dazu ein, über solche inneren Bilder sich auszutauschen und das Zusammenspiel zwischen bewusstem Verstehen und intuitivem Verstehen bei sich selbst und im Zusammenspiel zu schulen. Vielleicht, was im Unternehmensbereich sehr wichtig ist, dass wir das nicht im Privaten lassen, sondern dass wir überlegen, und wenn das so ist, wie können wir diese Qualitäten eigentlich in unsere gegenwärtigen Organisationsrollen reinnehmen? Wen von den anderen Menschen brauchen wir wie dazu, um von der Qualität mehr zu spüren? Und wie können wir anderen auch verständlich machen, wie wir ticken, was uns im Hintergrund bewegt? Also eine Kommunikation des gegenseitig sich Anteilnehmenlassens an dem, was uns begeistert. Und am Ende, glaube ich, hält das nur an als Kommunikationskultur und Organisation, wenn das eingebunden wird in die Zweckorientierung der Organisation und in die Rollen und die Berufsentwicklung der Menschen und in einem gemeinsamen Verständnis. Und das ist mir noch wichtig, dass Begeisterung nicht strohfeuermäßig im Privaten abgefackelt wird, sondern dass das eingebunden werden muss, weil das sonst keine Nachhaltigkeit bringt. Sollen wir auch noch mal kurz in die Seele der Hochschule schauen? Ja, wobei ich will jetzt eigentlich über die Frau Rassfeld reden und gar nicht über mich. Merken Sie nicht, wie das ansteckt, wenn da jemand so für ein Thema brennt und diese Begeisterung einfach Tag für Tag in jedem Satz, den er sagt, wieder in das Publikum und in die Schule, in das Kollegium und in die Mitarbeiter, in die Studierenden, in die Schüler hineinträgt. Das ist das, was entscheidend ist, dass da vorne jemand steht, der jeden Tag die Menschen immer wieder mitnimmt. Und das ist unglaublich anstrengend, oder? Überhaupt nicht. Schön ist auch, wenn Sie einfach Räume öffnen. Ich sage mal, wir haben ein Format, das heißt Schulversammlung. Das dient dazu, dass die Gemeinschaft erfahren wird. Jeden Freitag endet die Schule mit der Schulversammlung. Wir haben zum Glück ein schön großes Forum, aber früher haben wir es in der Turnhalle gemacht, geht auch. Das ist dann die gesamte Sekt 1, 350 Schüler und immer eine Klasse bereitet die vor. Und als feste Elemente gibt es das öffentliche Loben. Dann kannst du eben auf die Bühne gehen und kannst jemanden loben. Es kann so berührend sein, dass ihnen die Tränen in den Augen stehen. Ist gezeigter Mut auch, aber auch Wertschätzung. Dann singen wir zusammen das Lied der Woche. Und dann die Geburtstagskinder kommen nach vorne und werden besungen. Das sind alles so kleine Elemente. Also fast alles, was wir machen, kostet keinen Pfennig Geld. Ist nur Haltung und Räume öffnen. Und ich war letzte Woche in Österreich zum großen Vortrag und ich hatte Schüler mit und die sagen dann immer, wir probieren es jetzt mal aus. Loben. Und dann war da auch ein Jugendlicher und dann hat er gesagt, ich möchte meine Mutter loben. Mama, die saß neben ihm. Mama, ich hatte den Unfall vor zwei Wochen und du bist sofort gekommen und du hast mich mitgenommen ins Krankenhaus. Und dann hat er so erzählt, was er mit ihm gemacht hat. Danke Mama. Der halbe Saal weinte. Die Mama weinte. Mama lag im Arm. Und jeder wusste, was das auslösen kann. Und ich kann mich heute noch erinnern an meine Schule in Holsterhausen. Das wird so 98 vielleicht gewesen sein, sehr lange her. Da ist mal ein Mädchen nach vorne gegangen und die hatte mit ihren zwölf Jahren. Wir wohnten die schon im betreuten Wohnen und die hatte alles hinter sich, wenn man so mitmachen kann als Kind. Und ihr war eine Haarspange zertreten worden, aus Versehen wahrscheinlich. Und der Björn hatte die aus dem Papierkorb wieder rausgefischt und hat die zusammengeklebt. Und dann stand die vorne und hat gesagt, ich möchte den Björn und der hat mir die Haarspange wiedergegeben und die war ein letztes Geschenk meines Vaters. Und ich glaube, der Björn konnte so ein bisschen nachempfinden, denn der hat auch ein letztes Geschenk seines Vaters. Totenstille? Können Sie nicht in 20 Stunden soziales Lernen solche Dinge machen? Das bildet ja auch Vertrauen. Und seit ungefähr zwei oder drei Jahren fangen wir jede Lehrerkonferenz bei uns mit dem Lob an, mit Lobrunde. Die kleinen Sachen, die ich nie erfahre. Und jetzt machen das auch schon Unternehmen. Über Schüler, Coach und Manager ist das jetzt auch schon in dieses ein oder andere Unternehmen gegangen. Und auch andere Schulen machen es schon. Und ist interessant, dann kriege ich manchmal eine E-Mail. Liebe Frau Rasfeld, Schulleiterin, morgen habe ich den Mut und traue mich. Was mache ich, wenn keiner was sagt? So, aber dann kommt unglaublich. Das sind so ganz kleine Sachen. Man erfährt so viel und ist einfach so eine gelebte Vertrauenskultur. Wir machen auch immer die Geburtstagskinder. Und in der Oberstufe bei uns, da haben wir auch eine Schulversammlung. Und da laden wir Menschen mit Botschaften ein, die für etwas stehen. Und das war immer der einzige Punkt. Und nach einem halben Jahr kommen die jetzt und sagen, können wir nicht wieder Lob und Geburtstagskinder einführen? Die Großen, die 18 sind. Ja, solche Dinge. Einfach Räume öffnen, wo Berührendes passieren kann. Das geht nicht wieder weg. Und wir haben zum Halbjahr Auszeichnungsversammlungen, schriftliche. Und die Klasse überlegt immer, wer eine Auszeichnung kriegen kann. Einer kann gut trösten, einer kann dies und jenes. Und da sind auch manchmal so richtig berührende Dinge. Jetzt sage ich noch einen Satz. Wir haben die Schulversammlung, die Lehrer, Sachlogik, haben wir verlegt, sodass die nicht mehr am Ende war. Jetzt kommen die Schüler und sagen, Frau Rassholt, wir können uns ja gar nicht mehr so schön verabschieden. Die sind nämlich immer raus und standen noch mindestens eine halbe Stunde, die letzten, auf dem Schulhof und umarmt und tschüss gesagt, weil sie eben gemeinschaftlich dieses Ende hatten und rausgegangen sind. Und jetzt haben sie danach noch Unterricht und da gehen sie irgendwie raus und nach Hause. Und da sieht man, an welcher ganz kleinen Geschichte so viel hängen kann. Und deswegen Räume schaffen. Und dann passieren auch Dinge. Ich habe wieder dazu, um etwas zu sagen. Was sagen Sie zu folgender Episode? Also das eine ist Begeisterung. Es ist natürlich toll, wenn man das sein kann, wenn man andere begeistern kann und so weiter. Das hat seine Grenzen, vielleicht nicht in der Schule, aber es hat im Unternehmen seine Grenzen oder mit Erwachsenen. Denn was würde man von einem Chef halten, der mit Begeisterung vor seine Mitarbeiter hintritt und sagt, wir müssen zehn Prozent entlassen. Es gibt schwierige Entscheidungen, die man treffen muss, die sehr leidvoll sind. Aber man muss sie nun mal treffen. Wenn ich das jetzt auch noch mit Begeisterung tun würde, ja gut, dann bin ich als Zyniker erledigt. Also man muss sehr aufpassen, scheint mir, wo Begeisterung angebracht ist und wo sie das genaue Gegenteil bewirken würde. Der zweite Punkt, Lob, stimme Ihnen vollkommen zu. Da habe ich sogar auch mit Kindern, also Zehnjährige, meine Erfahrungen. Da kommt ein zehnjähriger Junge, der hat einen schlechten Lehrer. Der hat sich aufgeregt über einen Lehrer. Er war ein schlechter Lehrer. Anerkanntermaßen in der Schweiz können Eltern sehr viel Einfluss nehmen auf die Lehrer. Sie können Lehrer wählen und abwählen. Das ist eher ungewöhnlich in Deutschland und in Österreich. Und der war anerkanntermaßen schlecht. Aber die Eltern wussten nicht, was sie tun sollten. Und das Schuljahr ging zu Ende, es lohnte sich nicht mehr. Und der kleine Junge sagte dann so, en passant noch mit einem Schlenker, ja und außerdem, der Idiot lobt uns jeden Tag. Meine Erfahrung ist, Lob ist extrem wichtig. Aber Lob ist nur dann wichtig, wenn es ehrlich ist, ernsthaft ist und von jemandem kommt, der Gewicht hat. Ich nehme an, das ist Ihre Erfahrung auch, oder? Frage, ist das Ihre Erfahrung? Wer hat Gewicht? Jemand, der... Die Schüler loben sich untereinander. Ja, das können sie natürlich machen, das ist klar. Aber wenn ich als Lehrer jeden Tag lobe, und zwar auch dann, wenn die Schüler nicht gut sind. Darum geht das nicht. Ja, das geht aber in anderen Organisationen darum. Und da meine ich, ist etwas Differenzierung nötig. So sehr natürlich wahrscheinlich Lob in den Schulen zu kurz kommt, da stimme ich Ihnen natürlich zu. Ja, dieses Lob, in dem man smiley klebt, ist eben nicht das, was ich meine. Und natürlich würde ich auch nicht voller Begeisterung hintreten und würde sagen, also, wir haben jetzt nächstes Jahr keine Lehrer für Mathe. Da geht es ja, ob man für die Kultur begeistert ist, darum geht es ja. Und nicht, ob ich nur begeistert durch die Gegend laufe. Aber ich glaube, es war nochmal, es geht nicht einfach um die Sache, dass ich einfach irgendwas gesagt habe, sondern es muss fundiert sein, dieses Lob. Es muss resonieren, es muss irgendwas sein, was auch aus dem Kleinen kommen kann. Es müssen nicht die großen Dinge sein, aber es muss irgendwie im Kontext passen. Am besten ist es etwas, am besten ist es, dass du nicht sagst, das hast du gut gemacht, sondern was das mit mir bewirkt hat. Also so aller gewaltfreien Kommunikation. Das hast du gut gemacht, ist ja, das soll es sein. Genau, jetzt lassen Sie uns mal schauen, diese Damen da in der zweiten Reihe. Wir haben Ihnen vorher das Mikrofon gerade weitergegeben, entrissen quasi, weil der Herr schneller war. Ja, Lob ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. In der Realität, in den Schulen und auch in den Unternehmen ist es ja so, es gibt Noten. Und in den Unternehmen, ich komme aus dem Unternehmenskontext, gibt es die Leistungsbeurteilung. Sehr individuell geprägt, in dem Bild von vorhin aus der analogen Welt. Hier wäre meine Frage, wie da Ihre Perspektiven zu der momentan noch existierenden individuellen Leistungsbeurteilung sind, im schulischen wie im unternehmerischen Kontext. Also meine Position zu Noten ist, Noten müssen so schnell wie möglich weg. Noten sind ein Instrument aus dem alten System. Noten schüren Vergleich und Konkurrenz. Ich bin total für Leistung, aber nicht, ich lerne für die Note. Ja, und was die Noten alles machen, wissen Sie alle, wer mal Eltern ist oder Eltern kennt, bis dritte Klasse Grundschule dürfen die Grundschulen noch nett und freundlich sein. Und dann geht es aber los. Dann brauchst du die Einskomma, damit du aufs Gymnasium kommst und so weiter. Oder sie geben eine Arbeit zurück, sofort geht es los. Was hast du denn? Dann wird geschachert, dass du noch einen Punkt kriegst, damit du deine Note noch verbesserst und so weiter. Und Noten sind ja nicht nur nicht valide, objektiv und so, aber Noten gehen eben nicht in die transformierte Gesellschaft. Da brauchst du die Kraft des Wir und nicht höher, schneller, weiter, Konkurrenz, gegeneinander, besser sein und so. Und wir haben ja auch die ersten Kinder und nicht wenige, die in Burnout gehen in der dritten, vierten Klasse aufgrund der internalisierten, des inneren Leistungsanspruches. Aber nicht die Noten abschaffen und gar nichts geben, sondern stattdessen eine Rückmeldung, ein tolles Feedback. Das kann vom Lehrer sein, kann aber auch von anderen sein, kann auch noch mit einer Selbsteinschätzung verbunden sein. Was hast du gut gemacht und wo kannst du dich verbessern? Also Top-Tipp. Das machen wir. Wir brauchen zum Glück bis Klasse 9 keine Noten geben. Und später gibt es bei uns dann Noten, aber immer die Zertifikate dazu. Dann spielt die nicht mehr so eine Rolle. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage jetzt genau war. In Bezug auf Schule, ja, mich würde es noch für die Perspektive der Unternehmen interessieren, wo ja jahrelang auch geprägt wurde, Leistungsbeurteilung ist ein Werkzeug des Managements. Das gab ja eben so Zeiten und mich würde da auch noch Perspektive interessieren. Ja, also Leistungsbeurteilung gehört nach meinem Dafürhalten zu den Tools, die man braucht. Aber es kommt darauf an, wie man es macht. Wenn ich Ihnen kurz skizzieren darf, was ich für die beste Methode halte, ich mag keine Standardkriterien. Menschen sind, es gibt natürlich, sagen wir mal, gewisse Aufgaben in Unternehmen, wo man Kriterien anwenden kann, weil sie gleich oder sehr ähnlich sind. Da kann man das machen. Ich würde es auch dort lieber nicht, wenn ich aber jetzt an Führungsebenen denke, da sind die Menschen so verschieden und die Aufgaben sind so verschieden, dass ich darauf lieber verzichte. Wieso soll ich das Kriterium innovationsfähig oder stark oder kreativ, wenn ich einen vor mir habe, der soll gar nicht kreativ sein, weil seine Aufgabe das gar nicht verlangt, im Gegenteil. Also meine Empfehlung ist, ein leeres weißes Blatt zu nehmen als Vorgesetzte oder Vorgesetzter. Übrigens natürlich auch sehr stark die Person mal sich selber beurteilen lassen. Das gehört mit dazu. Aber wenn ich jemanden beurteilen muss, dass ich mich in die Situation des Chefs versetze, der Chefin, dann sage ich, nehmen Sie ein leeres weißes Blatt und schreiben Sie auf, was Ihnen zu dieser Person einfällt. Was kann die Person gut? Was macht sie nicht so gut? Und die Erfahrung ist in der Regel, dass die Leute sich damit sehr schwer tun, aber es ist eines gewonnen. Ich möchte nicht in meiner Firma, in irgendeiner Firma, Leute, die einfach Kriterien abhaken. Die denken nicht dabei. Ich möchte, dass man sich etwas dabei denkt. Und dann kommt man nämlich sehr häufig darauf, ja, Moment mal, die Frau Huber, mit der habe ich im heurigen Jahr gar nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Was weiß ich eigentlich über die? Und dann beginnen die interessanten Vorgänge im Gehirn. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das Zweite ist, ich bin gegen die, also sagen wir mal, Jahresbeurteilungen. Das halte ich für einen vollkommen falschen Approach. Feedback muss sofort kommen. Also wenn immer eine Aufgabe erledigt wurde, wo ich sage, das ist jetzt eine Bewertung wert, dann sollte man das sofort tun und nicht ein Jahr lang warten. Übrigens, das erstreckt sich auch auf die Frage, wer trifft gute Personalentscheidungen. Das sind nicht die Assessments, abgesehen davon, dass sie umständlich und teuer sind und künstlich. Menschen, die über eine lange Zeit eine hohe Trefferquote mit Personalentscheidungen haben, die haben ein kleines schwarzes Büchlein. Und da machen sie permanent ihre Notizen, wenn sie mit jemandem zusammenarbeiten. Und wenn da eine Personalentscheidung zu treffen ist, dann verlassen sie sie auf ihr kleines Büchlein. Weil dort steht das drin, was wirklich wichtig ist. Und zwar dann, wenn etwas passiert ist, im Guten wie im Schlechten. Also das sind jetzt ein paar Hinweise, die ziemlich anders sind als im Lehrbuch. Wenn Sie in einem Betrieb arbeiten in Deutschland, wo die Gewerkschaft sehr stark ist, dann dürfen Sie das nicht machen. Das halte ich für einen Skandal. Da muss ich mich an die Betriebsvereinbarungen halten, die zum Teil aus den 80er Jahren stammen. Ich habe zurzeit gerade zu tun mit so einem Unternehmen. Gut, ich meine, dann muss man sich nicht wundern, wenn es dann halt nicht geht. Haben wir Ihre Frage so weit beantworten können? Der Herr hinter Ihnen, dem würde ich das ganz gerne geben. Ich glaube, der möchte sich da anschließen. Ja, ich hätte eine andere Frage an den Herrn Winterberg. Zu dem pädagogischen oder überhaupt zum Konzept von der SRH. Ich kenne das ein bisschen. Meine Tochter hat bei Ihnen studiert. Nicht, weil sie keinen anderen Studienplatz bekommen hat, sondern weil das in Kleingruppenlernen ganz toll war. Jetzt habe ich eher mit größeren Universitäten oder Hochschulen zu tun. Was wäre denn an die, wenn ich mir das vorstelle, in einer Massenuni das zu produzieren, wie Sie das machen? Das sprengt meine Vorstellung. Sicherlich geht nicht alles, was wir da machen in einer Massenuni. Aber es geht ohnehin nicht alles eins zu eins pauschal in jedem Fach, in jeder Kultur. Und deshalb ist für mich immer die Frage, was ist eigentlich die Philosophie, die dahinter steckt? Die Philosophie, die dahinter steckt, ist, ich muss Menschen aktivieren und ich muss sie nicht irgendwie als passives Lernobjekt sozusagen behandeln. Ich muss versuchen, Teamarbeit zu instruieren, Menschen dazu zu bringen, eben nicht alleine irgendwie im großen Raum oder im kleinen Raum zu Hause zu sitzen, sondern in Teams zusammenzuarbeiten. Und da gibt es ganz, ganz viele Methoden, die man auch in riesengroßen Hörsälen theoretisch nutzen könnte. Ein Beispiel, was ich immer nenne, ist die sogenannte Mummelgruppe. Ich habe eine Vorlesung mit 500 Leuten und ich merke nach 15 Minuten, das weiß ich ja, Herr Hüther könnte Ihnen das genau sagen, das Hirn driftet ab, die Leute hören nicht mehr zu, die holen ihre Handys raus, machen sonst irgendwas. Ich muss sie dann aktivieren, ich muss sie zurückholen, einfach damit sie am Ball bleiben. So, dann stelle ich eine kleine Frage. Bitte die Kollegen, also die Kommilitonen, mit den zwei, drei Nachbarn, die sie haben, mal darüber zu reden und eine Lösung zu erarbeiten. Und dann gehe ich anschließend mit dem Mikrofon rum und frage mal, was habt ihr denn für Lösungen erarbeitet? Und schon habe ich die, also beim ersten Mal reden die über alles Mögliche, über das Wetter, über das Lieblingsauto oder was auch immer. Beim zweiten Mal reden die über das Thema, das sie gestellt bekommen, weil die leisten sich das nicht, sozusagen dann vor 500 Leuten nicht antworten zu können. Das Interessante dabei ist, dadurch, dass die in kleinen Gruppen mummeln, müssen die gar nicht ihre eigene Meinung darstellen und haben vielleicht das Problem, ich traue mich nicht vor 500 Leuten meine eigene Meinung zu artikulieren, sondern sie können die Meinung der Kleingruppe artikulieren. Und damit geht auch diese soziale Hürde runter. Das Beispiel zeigt, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben das, was die Grundphilosophie dahinter ist, auch durchaus in großen Gruppen einzusetzen. Das ist nicht so einfach. Ich frage mich dann immer, wenn ich 500 Studenten habe, warum habe ich die zu 500 im Hörsaal, warum nehme ich nicht Kleingruppen A30? Den 500 kann ich ein Video zeigen. Also das, was ich in der Vorlesung mache, das kann ich auch aufnehmen und sagen, guckt euch zu Hause an, wann immer ihr lernen wollt. Dann nutze ich doch lieber die Zeit und beschäftige mich dann wiederum mit Kleingruppen und bringe die aktiv zum Lernen. Also vieles geht, nicht alles geht. Aber die Frage ist eben auch, müssen die Gruppen eigentlich wirklich immer so groß sein? Da könnten wir jetzt über Anreize, über Personalstrukturen, Universitäten reden, alles Mögliche. Da gibt es viele Dinge, die man sich nochmal genauer angucken könnte. Ich glaube, wir hatten da noch eine Frage in der ersten Reihe, hat sich erledigt. Sehr gut. Vielleicht, wenn wir das Mikrofon da nach hinten wandern können. Das wäre ganz toll. Vielen Dank. Ja, ich habe eine Frage. Wir sind ja hier zum Thema Transformation. Und Transformation für mich ist radikal, unternehmensweit und bis auf Mitarbeiterebene. Und ich habe es viel zu tun mit Unternehmen oder mit auch Schulen, die bestehen. Und was Sie, Frau Ratsfeld, jetzt gesagt haben, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Schule gegründet. Ich habe auch mit Startups zu tun. Und mich würde interessieren, welche Ratschläge haben Sie an bestehende Institutionen, an bestehende Schulen, dass die sich radikal verändern. Braucht es da einen, der begeistert ist? Wie kriege ich das auf die Begeisterung von vielen? Ein Kollegium ist eben institutionell ein Kollegium. Das heißt, alle sind da irgendwo gleichberechtigt. Und ja, welchen Rat haben Sie da, wenn sich die radikal bis auf Mitarbeiterebene, das heißt bis auf Lehrerebene, verändern sollen? Also ich kann jetzt nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Ich glaube, der Schritt eins ist, und dafür bräuchten Sie jemanden, glaube ich, von außen. Ein Bewusstsein darüber zu bekommen, was Sie mit dem, was Sie tun, bewirken. Also mal rausgehen. Wir sind in Schule immer, bleiben in Schule. Und jetzt machst du vielleicht in Mathe noch ein Programm. Und da machst du noch dieses. Aber mit der Meta-Ebene anzufangen. Worum geht es heute? Was sind die großen Herausforderungen? Planeten, Planeten, Zusammenleben lernen, Veränderungsdynamik, Komplexität. Und wenn ich dann eine Murmelgruppe mache, dann höre ich von niemandem aus dem Publikum, wir brauchen mehr Mathe und Deutsch. Dann kommt sofort, wir brauchen Kommunikationsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Perspektivwechsel und so weiter. Und dann deutlich machen, was machen wir eigentlich in Schule? Also was wissen wir heute? Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, Lernen läuft über Beziehung. Und wir bauen Beziehungsverhinderungsanstalten. Strukturell. Der Lehrer rennt von einer Klasse in die andere. Hat den Auftrag, von oben zu individualisieren. Weiß vielleicht auch, Motivation läuft immer über Wertschätzung, Anerkennung. Und hat 120 Schüler am Tag. Das heißt, er wird systematisch daran gehindert, was er eigentlich tun will. Ja, und er sitzt bis nachts um zwei. Die meisten geben ja alles, um sich zu überlegen, boah, wie kann ich morgen eine spannende Stunde machen? Und das verpufft im falschen System. Und da kann man jetzt ganz viele Dinge klar machen. Und dann kommen bei vielen so Aha-Erlebnisse. Ach ja, und was machen wir denn da eigentlich? Na ja, jetzt habe ich immer das Glück, dass ich meistens meine Schüler dabei habe. Und dann sehen die die und was die erzählen. Und dann sind die, also viele sagen dann, wir wollen auch. Das wäre jetzt, man erreicht ein Kollegium oder viele. Und dann muss man echt gucken, wie können die Schritte sein. Und eine Vision ist wichtig. Also Bewusstheit über das, was wir tun und was wir damit bewirken. Dann eine gemeinsame Vision entwickeln. Die muss in einem großen, breiten, partizipativen Prozess entwickelt werden. Danach kommt dieses Thema, Visionen brauchen Fahrpläne. Also welche Schritte brauchen wir jetzt, um diese Vision auch umzusetzen? Welche Haltungen, welche Fortbildungen vielleicht? Und so weiter. Richtiger Schritt. Und dann muss man sich bewusst sein, dass ein Transformationsprozess kein Projekt ist. Dass es ein langfristiges Vorhaben ist, wo man immer wieder auch Energie reinspeisen muss. Ja, und da muss man gucken, welche Schritte man geht. Aber eine Vision hat eine positive Herzenergie. Was wir machen im Moment seit Jahren, ist Reparatur des Alten. Und da hat keiner Lust drauf. Jetzt sollst du dieses auch noch machen. Und jetzt sollst du dieses auch noch machen. Aber zusammen eine Vision zu entwickeln. Und was ich dann eben auch festgestellt habe, ist, wenn die Vision dann noch so ein Ethos oben drüber hat. Das sind für mich jetzt die SDGs. Deshalb, ach so, ich kann noch etwas sagen. Es gibt ja auch Studien. Also erst mal wissen wir, dass 50 Prozent des Humanpotenzials in der heutigen Schule nicht gehoben werden kann. Punkt, ist ein Fakt. Also wir können auch sagen, es gibt eine riesen Schatzkiste noch. Der Delore hat das damals auch herausgefunden. Deswegen heißt sein Buch auch Learning the Treasure is in. Aber in der Schule, wie sie heute ist, mit dem Fachwissen zugeknallt, kann sich dieses Potenzial nicht entwickeln. Sodass man da auch Hoffnung haben kann, dass wir tatsächlich auch noch die Welt verändern. Dass wir das schaffen. Dann gibt es aktuell, dann wissen wir, wir hatten noch nie eine so engagierte Jugend wie jetzt. Die wollen eine andere Welt. Die wollen mehr Gerechtigkeit. Die wollen sich ökologisch einsetzen. Und die wollen sogar, viele von denen, lieber Sinn in der Arbeit als mehr Geld. Da ist ja auch gerade so ein Change im Gang. Und es hat gerade eine Studie stattgefunden vor zwei Jahren. Es wurde untersucht, das Nachhaltigkeitsbewusstsein der 15- bis 23-Jährigen. Die Studie ist von der Leuphana-Universität. Und dann ist rausgekommen, quantitativ hat Bildung für nachhaltige Entwicklung sich entwickelt. 81 Prozent oder 71 Prozent haben den Begriff schon mal gehört. Vorher irgendwie 30 Prozent. Und so eine Unterrichtseinheit haben auch schon mal viele gemacht. Was hat der Krieg im Kongo mit meinem Handy zu tun? Oder solche Sachen. Aber sie sagen, Quantität ist nicht gleich Qualität. Qualität qualitativ eine reine Katastrophe. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist im heutigen System nicht umsetzbar. Die ganze Engagementbereitschaft der Jugendlichen wird zugedeckelt durch eine volle Woche, durch Fächerkorsett. Davon sprechen die. Du rennst nach Hause, machst Hausaufgaben, lernst für den nächsten Test und so weiter. Du hast überhaupt keinen Freiraum. Und wenn jetzt im Lehrplan, neuen Lehrplan in Baden-Württemberg, ist ja Bildung für nachhaltige Entwicklung ein ganz großes Thema. Und da steht auch Bereitschaft zum Engagement wecken, ein Gefühl für systemische Zusammenhänge kriegen, kannst du nicht, indem du ein Arbeitsblatt ausfüllst. Also man könnte den Lehrplan nehmen und sagen, und welche Lernformate brauchen wir dafür? Und wenn du dieses alles auf den Tisch legst und dann auch sagst, was wir bisher gemacht haben, war gut und wichtig und richtig. Jeder gibt ja immer auch sein Bestes. Aber wir müssen jetzt den nächsten Schritt tun. Wenn wir in 14 Jahren die SDGs umgesetzt haben wollen, dann müssen wir heute die Schule verändern und können nicht sagen, aber mein Kollegium ist ja noch nicht so weit. Vielleicht in zehn Jahren drei Stunden Freiarbeit. Was sagen wir denn, wenn unsere Enkel uns fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Sagen wir dann, ja, also mein Kollegium war ja noch nicht so weit oder ich habe eher gezögert. Ich glaube, wir brauchen ganz starke Schulleiter, die mit Führungskraft und Authentizität wirklich so rüberbringen und für etwas stehen. Also wenn Menschen sich für etwas einsetzen, was größer ist als sie selbst, so eine richtig große Aufgabe, was gibt es Sinnvolleres, als sich mit den ungelösten Fragen der Menschheit auseinanderzusetzen und Lösungen zu suchen und die auch umzusetzen. Etwas Sinnvolleres gibt es ja gar nicht. Und jetzt bin ich wieder bei Ihnen. Damit kann man schon auch Menschen und Kollegien kriegen. Und dann brauchen die Unterstützung, brauchen Prozessbegleitung, je nachdem. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger. Und da muss auch richtig mal reingebuttert werden. Und wenn eine Regierung hier oder ein Regierungspräsidium, wenn die wirklich die Transformation wollen, da müssen da auch Lehrerfreistellungsstunden für da sein. Was fällt vielleicht an der Stelle, weil ich sehe noch so viele Punkte. Vielen Dank erstmal für einen Input. Ich hoffe, Sie haben da gute Impulse für sich mitnehmen können. Ich glaube hier die Dame in der zweiten Reihe. Sie hatten sich zwischendrin mal, genau Sie, die sich umdrehen. Ich hoffe, Sie drehen sich nach dem Mikrofon gerade um. Genau. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne an der Stelle nochmal nachhaken, denn mir fehlt in der Runde ganz klar ein Vertreter der Politik. Denn Transformation ist nun mal auch ein großer Teil in der Politik. Ich selbst bin GEV-Vorsitzende einer Grundschule in Berlin. Die Schulleitung bricht weg. Sie wird nicht besetzt ein Jahr. Das Lehrerkollegium bricht auseinander. Das Erzieherkollegium bricht auseinander. Im Schulrat fühlt sich keiner dafür zuständig. Wie kann ich so eine Schule retten? Und wie kann ich so einer Schule diesen Geist, von dem Sie gerade gesprochen haben, vermitteln, wenn niemand da ist, der diese Schule in die Hand nimmt? Also es gibt ja die Musterbrecher. Die Musterbrecher sind für Unternehmen, die alles anders machen und erfolgreich sind. Und da gibt es einen Unternehmer, der ist mal ein Jahr auf Reisen gegangen und hat alles seinem Kollegium überlassen, seinen Unternehmerschaften. Als der wiederkam, lief sein Unternehmen besser als vorher. Also man könnte, Krisen sind unglaubliche Chancen. Krisen sind echte Chancen, Neues zu denken. Und vielleicht könnte so ein Kollegium sagen, und jetzt, und da muss man gucken, wie es dann geht. Also so. Mehr kann ich da jetzt auch nicht drauf sagen, aber vielleicht ist es auch eine Chance. Aber es braucht natürlich jemand, der auch Zeit hat für dieses und jenes. Das wird sowieso eine Riesen... Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist. Wir kriegen ja in Nordrhein-Westfalen keine Leitungsfiguren mehr und auch in Berlin nicht. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, 180 Grundschulen ohne Leitung schon über zwei Jahre. Aber es hängt, glaube ich, auch damit zusammen mit dem Gemeckere immer. Ja, so. Also wenn wir eine andere Haltung haben, insgesamt dann gehen, glaube ich, auch Leute wieder in Führung. Also Krise vielleicht auch als Chance. Der Herr in der dritten Reihe. Ich glaube, Sie waren da schon ein bisschen länger und dann nehmen wir Sie gleich dran. Ich wollte eigentlich eine ganz ähnliche Frage stellen und noch mal ein bisschen auf eine andere Ebene eingehen. Und zwar auch in dem Bereich, wenn man von einer einzelnen Institution ausdenkt, die Schule, das Jugendzentrum, das Unternehmen. Und Transformation ist ja nicht nur dann davon abhängig, ob es erfolgreich mit seiner eigenen Entwicklung ist, sondern eben gerade von einer Stadtverwaltung, vom politischen Willen, von dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin. Und ich beschäftige mich gerade aktuell aus Gründen einer eigenen Initiative sehr stark mit diesem Thema und möchte einen Punkt setzen. Wir kämpfen um Geld. Und ich habe das Gefühl, dass nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen Initiativen, wenn das so klar ist, wir brauchen alle Veränderungen und es gibt die Sustainable Development Goals und das ist die Veränderung und es ist überall Common Sense. Und es sprießen tatsächlich ganz viele junge Initiativen oder junge Unternehmen, Start-ups aus dem Boden und irgendwie sind wir uns alle einig, Transformation, yeah, Zukunft und so weiter. Und dann hat man aber auch irgendwie eine knöcherne Stadtverwaltung, die in Ausschüssen mit gewählten Gemeinderäten auf kommunaler Ebene, das ist schon manchmal ganz schön müßig. Also da gibt es extrem viel Beton, den man dann meint, irgendwie einreißen zu müssen. Und deswegen geht meine Frage auch in die offene Runde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in solchen Gesprächen mit der Stadtverwaltung oft gar nicht so sehr um die Inhalte geht, sondern sehr schnell oft um Quadratmeter Geld, dies, das, jenes, Nachweisbarkeit, Objektivität. Was würden Sie einer verknöcherten, um es in der Stelle mal so zu sagen, einer verknöcherten Stadtverwaltung für Fragen stellen, wo sie hin will, wenn sie immer sagt, sie will auch das Gleiche, aber dann entweder das Geld nicht ausgibt oder nicht zum Gespräch. Lassen Sie uns mal in die Runde schauen, wer sich da angesprochen fühlt. Ich schaue hier ganz offen. Haben Sie Ideen, Ansatzpunkte? Fragen Sie nicht, machen Sie. The first rule is to break the rule. Wenn wir uns bei Transformationsinitiativen an rechtlichen Rahmenbedingungen orientieren müssen und erst mal fragen, was wir denn dürfen, haben wir eigentlich schon verloren. Das ist jetzt leicht gesagt, weil wenn Sie finanzielle Mittel brauchen für Ihre Initiativen, dann müssen Sie natürlich irgendjemanden finden, der Ihnen diese finanziellen Mittel gibt. Aber ich glaube, es gibt ganz oft Möglichkeiten, diese Verknöcherung zu durchbrechen, indem man einfach entweder die Frage gar nicht stellt und mal macht oder indem man versucht, die Dinge anders anzugehen, als man es bisher gemacht habe, hat aus meinem Bereich das, was wir gemacht haben, da hat jeder gesagt, das kriegt ihr nie hin, denn jeden Studiengang muss man in Deutschland akkreditieren. Und da kommen sieben Professoren von einer anderen Hochschule, die machen alles anders und die sagen erst mal, ich gucke mir an, was du da machst und was du anders machst, das machst du falsch, das kannst du gar nicht machen. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach die besten Leute in Deutschland gesucht, haben gesagt, wir machen ein Gutachten. Wir lassen die untersuchen, ob das, was wir machen dürfen, denn geht nach Bologna. Und die haben gesagt, natürlich geht das nach Bologna. Und dann haben wir in jeder Akkreditierung dieses Gutachten vorgelegt und gesagt, ihr braucht nicht über die Frage nachzudenken, ob das eigentlich geht. Die ist beantwortet. Ihr könnt euch darum kümmern, ob wir die Regeln einhalten. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel. Also ich muss einfach einen anderen Weg finden. Ich kann nicht auf dem normalen Weg erwarten, dass Menschen, die immer so gedacht haben, begeistert sind und sagen, ja, jetzt machen wir alles anders, sondern ich muss die dazu bringen, das anders zu denken. Und deshalb einfach mit Mut die Mauern einreißen. Nochmal, wenn sie Geld brauchen, ist es immer schwieriger. Da brauchen sie einen positiven Beschluss. Aber oft brauchen sie ja nur einfach Leute, die nur zugucken oder die stillhalten. Und das ist viel einfacher. Ich glaube, der Herr Schmidt hatte auch noch eine Idee, die er hier teilen wollte. Nein, ich habe keine Idee, wie man aussichtslose Kämpfe gewinnen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da einfach Situationen gibt, in denen man nicht viel tun kann. Und ich will gleich dazu was sagen, aus der Sicht der Fachleute, die solche Dinge versuchen, qualifiziert, wie er denen dann helfen kann. Einer meiner Sprüche lautet, der Samen der besseren Idee muss oft lange auf den Pflug des Umbruchs warten. Und das ist einfach so, wenn, solange die gewachsenen Systeme stabil sind und funktionieren, kann man auch mit dem Samen besser Ideen. Es gibt Nischen und Bereiche, in denen man mit Begeisterung und sehr viel persönlichem Engagement viel machen kann. Da ist für mich als Organisationsentwickler immer die Frage, und wenn diese Menschen, die das betreiben, verbraucht sind, gibt es danach noch ein sich selbst tragendes System, das das noch erhält. Sehr oft kollabieren diese Systeme natürlich, wenn diese Menschen mit Charisma, die das bis dahin getragen haben, weggehen und nicht für angemessene Nachsorge getroffen ist. Ich will vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen, wir haben ja eine Stiftung gegründet, mit der wir pro bono Organisationen öffentlichen Einrichtungen unterstützen mit Organisationsentwicklungs-Know-how. Pro bono, also wer sich für sowas interessiert, weil sehr viele Initiativen, wie wir sie heute auch vorgestellt gekriegt haben, zeitweilig ganz toll laufen und nach einer Weile kollabieren oder deren Verbreitung nicht funktioniert, weil die nach Gesichtspunkten von Organisationsentwicklung geschehen muss und nicht nach Gesichtspunkten der ursprünglichen, sehr lobenswerten Idee. Und da will ich noch ein bisschen was erzählen aus meiner, ich bilde ja seit 40 Jahren Personal- und Bildungsfachleute von Organisationen aus. Und es war halt immer üblich, dass die sich total missverstanden gefühlt haben, dass man höheren Orts nicht erkennt, welche Bedeutung sie für das System haben könnten. Ich habe aber relativ früh den Auf- und Zahn gefühlt und gesagt, habt ihr wirklich Konzepte, die die gesamte unternehmerische Verantwortung, die diese Leute haben, die ihr beeindrucken wollt, mit ins Kalkül zieht oder habt ihr eine Teillösung, die ihr vorschlagt, aber wo der Zusammenhang nicht genügend gewahrt ist. Und ich rate euch sehr, und das ist etwas, was heute sehr viel besser geworden ist, ich rate euch sehr, sucht euch ein Feld in eurer Organisation, versucht nicht eine radikale Änderung und keine großflächige Änderung. Mein Bild ist da immer eine Großgärtnerei. Das ist eine Großgärtnerei, die muss auch noch die Bevölkerung versorgen und noch das Geld verdienen. Aber überlegt mal, ob ihr ein Versuchsgärtchen wo anlegen könnt, dass sie nicht einfach irgendwann sagt, ich bin gegen Spritzmittel in der ganzen Gärtnerei, sondern dass sie sagt, gebt mir doch eine Ecke in diesem Garten, in dem ich alternativen Anbau probieren kann. Und dann muss man einfach gucken, kann man ein Experiment im Rahmen einer solchen Organisation sinnvoll definieren, dass genügend Faktoren zusammenkommen, dass man sich ganzheitlich auch durchsetzen kann. Nicht, dass man nur Teilaspekte eine Zeit lang aufbläht, die dann in sich kollabieren. Wir haben das überall, dass etwas eine Zeit lang Mode wird und dann in sich kollabiert. Und das ist nicht nachhaltig. Und das kränkt dann oft auch die großen Innovatoren, weil sie denken, sie wissen es besser und gar nicht sich klar machen, dass sie selbst keine genügend vielperspektivischen Konzepte und Vorgehensweisen anzubieten haben, um auch nur eine Versuchsecke in der Großgärtnerei zu wirklichen Früchten zu bringen. Aber glauben Sie mir, so blöd sind die Unternehmer auch nicht, wenn sie sagen, gib mir mal so ein Gärtchen und gib mir zwei Jahre und dann zeige ich dir, wie groß die Gurken geworden sind. Und der sieht, die Gurken sind groß, gut, biologisch, lassen sich gut vermarkten. Und den Leuten geht es besser. Warum sollte der nicht daran interessiert sein, zu überlegen, wie man die Prinzipien, die da zur Geltung gekommen sind, nicht in vielen anderen Bereichen nach und nach, es geht nie alles überall, umsetzen kann und dann wirklich sich weiterentwickeln. Und da rate ich sehr dazu, kleine Brötchen zu backen, die vielen angefangenen großen Brote, wo am Schluss irgendwas völlig Unausgegorenes rauskommt und man nach ein paar Jahren neu anfängt mit den großen Ideen. Davon habe ich leider schon zu viele gesehen. Wir können uns diesen Ressourcenverbrauch und dieses Kippen in Zynismus dieser begeisterten Menschen nicht erlauben. Also da brauchen wir insgesamt eine Transformationskonzeption, auch eine andere Transformationskultur. Und da dürfen wir nicht allein auf wenige Aspekte setzen. Prima, vielen Dank. So, jetzt hatten wir hier, glaube ich, den Herrn in der ersten Reihe, der hier schon länger die Hand streckt. Ich würde da gerne anknüpfen, Herr Schmidt, wo Sie gerade unterwegs sind, weil ich bin ja selber auch seit 20 Jahren Trainer und Unternehmensberater, Organisationsberater. Ich würde gerne von den Profis hier vorne so ein bisschen was noch mitnehmen, vielleicht zu können in Richtung Transformations. Weil das ist ja ein großer Begriff. Sie haben gerade ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was man da machen kann. Und mich würde da noch ein bisschen mehr interessieren, auch aus unternehmerischer Sicht gerade, was kann man hier an Transformation, wie kann man echt eine Transformation nachhaltig immer Unternehmen durchführen. Weil ich habe auch schon so viele Projekte erlebt, die dann mit einem großen Innovator gestorben sind oder nach einer gewissen Zeit auch ganz schnell zu Grabe getragen wurden, weil die Gelder gefehlt haben oder der Erfolg nicht in gewissen Maßen da war. Das würde mich mal ein bisschen was interessieren. Dann schaue ich hier mal in die Runde. Herr Malik, man schaut auf Sie. Danke vielmals. Darf ich vielleicht bei der Gelegenheit ein bisschen Werbung für Sie machen? Ich habe gerade jetzt im Vorfeld, habe ich ja von meinen Mitpanelisten ausführlich studiert, was Schriften und Videos und so. Und da bin ich jetzt auf ihre drei, ihre fünfer Buchreihe gestoßen, von dem drei neue Bücher schon da sind und habe dort einiges dann rumgelesen. Ganz klar, dass das so ein Mensch in so einem Kontext nicht so schnell rüberbringen kann. Ich glaube, da wird man schon flügellahmen, bevor man tief Luft holt, so viel Intelligentes zum Ausdruck zu bringen. Ich möchte einfach dringend raten, gucken Sie sich solche Sachen an und lesen Sie es auch. Und es gibt darin kostenlos runterladbare Kurzformen von jeweils einigen Thesen, die ich beeindruckend finde. Ende der Durchsage. Auch schön, wenn Sie meine Panelisten hier gegenseitig noch bewerben. Aber Herr Professor Malik, ja, auch das. Vielen Dank, Herr Schmidt, für diese mich rührenden kollegialen Beurteilungen. Das freut mich natürlich sehr. Gut, ich habe ja einiges an Büchern geschrieben. Das hat mit Dissertation, Habilitation, das waren größere Schweizer Nationalfonds-Forschungsprojekte, wo ich die Ehre und das Glück hatte, mit dabei sein zu dürfen. Da ging es schon um die Systemforschung. Dann das wahrscheinlich beste, also ein verbreiteter Buch ist das Führen, Leisten, Leben, wo ich eben diese Effektivitätsfragen in erster Linie behandle. So gut es mir möglich war, klar gegliedert. Übrigens, ich baue ja auch auf Pionieren auf. Ich halte sehr viel nach wie vor von Peter Drucker oder Dracker. Ich nehme an, einige von Ihnen kennen ihn. Er hat Management nicht erfunden, aber er war der Erste, der die Bedeutung von Management, von dieser Funktion erkannt hat, für die damalige Gesellschaft, Ende, also zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts. Er hat noch ein Stück herübergereicht. Er ist ja dann in hohem Alter gestorben, vor zehn Jahren jetzt. Und ich hatte eine gute Beziehung zu ihm. Er hat eine sehr klare Sprache gehabt. Er hat sauber mit den Begriffen gearbeitet. Und wenn jemand schon diese Pionierarbeit leistet, so war ich immer der Meinung, dann fange ich nicht bei Adam und Eva an, sondern dann baue ich auf den Schultern der Großen auf. Entschuldigung, dann baue ich dort auf. Und dann haben wir mit unseren Modellen begonnen, damit Management auch wirklich leer und lernbar wird. Und diese Modelle arbeite ich jetzt nach und nach ab mit diesen Themen. Da gibt es also etwas über Unternehmenspolitik und Governance. Dann über Strategie und ein erstes Buch, das eine Zusammenfassung dieser ganzen Systeme als Überblick spannend enthält. Und das nächste wird jetzt den Strukturfragen gewidmet sein. Und dazwischen mache ich jeden Monat einen Management Letter, der zehn Seiten ungefähr hat, wo ich sage, das ist gerade die obere Grenze, die Führungskräfte noch lesen. Nicht alle, aber das ist. Und was von einigermaßen dauerhafter Bedeutung ist. Also nicht irgendwelche News, die da schnell wieder vorbei sind. Von der Sorte gibt es ja viele. Jetzt Transformation. Ja, es ist ein bisschen die Frage, wovon reden wir. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben, weil wir wirklich eine bestimmte Art von Methoden dafür entwickelt haben. Wenn ich in einem Unternehmen einer ausreichenden Größenordnung, also solange das Unternehmen 50 Mitarbeiter, 100, da braucht man jetzt diese Kanonen sozusagen nicht, diese Kraft, da kann man es mit den üblichen Mitteln der Organisationsentwicklung normalerweise schon ziemlich viel erreichen. 500.000 Leute, 2.000 und dann wird es natürlich schwierig. Unsere Frage war erstens, ist es wirklich wahr und ist es möglich, so schön es wäre, dass wir Menschen ausreichend ändern können oder Menschen sich selber ändern können, damit etwas geschieht im Unternehmen. Ich habe das Beispiel heute schon genannt. Ich selber musste mich nicht ändern, um ein Handy zu bedienen. Auch meine Tochter nicht, mein Sohn nicht. Da muss niemand seine Persönlichkeit ändern. Mit dem Handy tue ich aber die Dinge anders, als ich sie bis dahin getan habe. Mit dem Auto mache ich etwas anderes, obwohl ich meinen Naturellen nicht ändern muss. Wo immer ich auskomme, ohne den Menschen es aufzuerlegen oder abzuverlangen, dass sie sich selber ändern müssen, bevor etwas anderes geändert werden kann, gehe ich diesen leichteren Weg. Sie gehen nämlich auch sehr viel leichter dann mit. Aber es gibt natürlich die anderen Fälle. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute braucht man, um einer Organisation wirklich eine Initialzündung zu geben, einen Vorgang einzuleiten, der die Chance hat, von selber weiterzugehen. Ich habe nirgends etwas Empirisches gefunden. Meine Beobachtungen sind zwischen zwei und vier Prozent. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber es müssen die richtigen Leute sein. Wenn man es natürlich dann ausrollen kann, in Größen, und das ist fantastisch, das muss man natürlich dann nachhaltig machen. Jetzt sind das natürlich normalerweise die oberen, die können halt die Dinge auch bewegen, wenn sie wollen. Das hat im mittleren Bereich dann erst später einen Sinn. Und da sind diese syntegrativen Verfahren entstanden, Synergie und Integration zu einem Kunstwort zusammengefasst. Und was heißt das? Wir können dort im Standardverfahren, es gibt mehrere Formate, ich will es kurz machen, Fragen lösen, und zwar sehr schnell. Schnell heißt Binnentagen, wo man sonst Monate braucht. Mindestens im herkömmlichen Verfahren mit Teams und so weiter. Binnentagen, weil wir gemeinsam machen, was vorher getrennt laufen muss, und weil wir simultan machen, was vorher sequenziell gemacht werden muss. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für das Prinzip, falls Sie sagen mir sofort, wenn es nicht, wenn die Zeit läuft aus. Ich kann eine Beethoven-Sinfonie auf zwei Arten spielen, nämlich indem ich jede Instrumentengruppe spielen lasse, die erste, die zweite Geigen, die Bratschen, die Celli, die Bläser etc. Und dann haben wir jede Note gespielt, die Beethoven komponiert hat, und jede Pause gemacht. Aber es ist keine Sinfonie. Und dann kommt ein Wahnsinniger auf die Idee und sagt, lass doch alle mal zusammenspielen. Dann sagen die Leute, es geht doch gar nicht, gibt Karkophonie. Nein, ich brauche eine Partitur, ich brauche natürlich gut ausgebildete Musikerinnen und Musiker, ich brauche auch einen Dirigenten, mehr nicht. Und dann gibt es eine Sinfonie. Das sind Naturgesetze. Mach gemeinsam, was du sonst nur sequenziell tun kannst. Und das Zweite ist, füge zusammen, was vorher getrennt war. Das ist die Quelle von Innovation. Wasserstoff und Sauerstoff gibt Wasser. Wasser hat, ist trivial, komplett andere Eigenschaften als die Ausgangselemente. Ich habe in Chemie auch gelernt, dass das Wasser gibt. Aber mein Chemielehrer hat mir nicht gesagt, dass ich mit Wasser Durst lösen kann, aber mit Wasserstoff nicht. Ich kann nicht kochen, nicht Wäsche waschen. Und das sind die Naturgeheimnisse, das sind Gesetze, mit denen man das machen kann. Also dann bringen wir genügend Leute zusammen, das sind etwa 40 Personen, je nach Größenordnung, sonst muss man es halt multiple machen. Man startet mit der prioritären Herausforderung, die das Unternehmen jetzt hat. Das ist eine Führungsentscheidung, die in den Geschäftsleitungen fällt. Also, was müssen wir tun, damit wir unsere Kosten um 10% herunterbringen, ohne die Qualität zu reduzieren? Was müssen wir tun, um die akquirierte Unternehmung umfänglich in unser eigenes Unternehmen zu integrieren, sodass eine gemeinsame Kultur entsteht? Das wären solche Dinge. Oder, was müssen wir tun, um auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen, ohne unsere Kosten explodieren zu lassen und mit den Chinesen eine einvernehmliche, eine zumindest vereinbare Kultur zu. Also, Probleme dieser Art. Der Vorteil dieser Methode ist nun, dass man das, wie gesagt, gemeinsam macht. Das dauert dreieinhalb bis vier Tage. Ist also um das hundertfache schneller als jede Art von Workshop- und Team-Methode. Und die Leute definieren nun auf diese Schlüsselfrage, da können sie zwölf Teilprobleme ableiten, die miteinander vernetzt sind und auch vernetzt behandelt werden. Zwölf ist enorm viel, da kann man ein Riesenspektrum abdecken. Jeder spielt dann drei Rollen, Diskutant, Kritiker, Beobachter. Das sind insgesamt etwa 20 unterschiedliche Kommunikationsprozesse, die ineinander vermascht die Selbstorganisation und die Selbstregulierung geben, ähnlich wie die Partitur in einer Symphonie. Darum habe ich das Beispiel gebracht. Das Ergebnis spielt sich ab oder entsteht auf mehreren Ebenen. Auf der Sachebene bekommen wir meistens innovative Lösungen und wir bekommen vor allen Dingen konsensierte Lösungen. Es sind nicht die kleinsten gemeinsamen Kompromisse, die nämlich nie wirkliche Lösungen sind, darum werden sie auch nicht realisiert, sondern es ist der größte gemeinsame Zähler. Es entsteht zweitens, es wird Intelligenz freigesetzt, es wird Wissen freigesetzt, das sonst in den Kapillaren der Organisationen steckt und dort auch modert. Auf der Kulturebene entsteht, es löst sich soziale Energie, es entsteht Begeisterung für die, also ich bin schon dafür, für die Begeisterung dort, wo es eben nötig ist. Es entsteht die Überzeugung, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Schulterschluss. Es lösen sich Konflikte, die müssen nicht aufgelöst werden. Die lösen sich von allein, weil die Leute miteinander reden. Und am Schluss haben wir ein Paket von zwölfmal drei, vier, fünf Maßnahmen. Das ist ein Riesending, um das umzusetzen. Und wenn man dort noch ein paar Spielregeln einhält, das passiert nicht von allein, dann funktioniert das wirklich enorm schnell. Die Kostensenkungen sind in der Regel das zweieinhalb, drei, vierfache von dem, was man sich als großes Ziel vorgesetzt hat. Das ist die Intelligenz, die zusammenfließt aus allen Richtungen. Die Zufriedenheitsgrade liegen zwischen 80 und 90 Prozent. Wenn sie darunter fallen, dann werden wir nervös, wenn wir unter 80 Prozent liegen. Wie hat der Kommunikationsaustausch funktioniert? Wie haben die Leute mitgemacht? Wie sind die Resultate akzeptiert? Und Ähnliches mehr, solche Testfragen. Und wir können mit ein paar Methoden wirklich messen, Anführungszeichen, Ordinalskalen, wie die Kultur sich verändert hat, schon innerhalb dieser Zeit. Jetzt natürlich hält das nicht ewig, ohne dass man nicht nachhält. Muss man natürlich ein bisschen etwas tun. Aber wenn Unternehmungen das nun machen, dann müssten sie einen Schuss haben, wenn sie dieses Potenzial wieder verludern lassen. Es gab solche Fälle, bis wir mitgeholfen haben, diese Methoden anzuwenden. Und ganz rasch zwei letzte Sätze. Da wird eine solche Fülle an Information hochkommen. Und das ist live. Da geht es um echte Probleme. Die Leute diskutieren völlig selbstvergessen mit einer Leidenschaft und Intensität, wie sie nie einen Fall bearbeiten würden zum Beispiel. Und wir können mit unseren Methoden, Regelkreisanalyse zum Beispiel, diese unsichtbaren Feedback-Schlaufen, die Unternehmen eben Organisationen bremsen oder beschleunigen oder in die oder diese Richtung weisen, eruieren. Wir können das herauszüfteln, zeichnerisch auch, dann im Computerprogramm, damit man das machen kann. Wir können beurteilen, wie ist die Strategie in diesem Unternehmen. Haben die sowas überhaupt? Was ist die Strategie? Was ist ihre Mission? Wie verstehen die Leute das? Wir können die strukturellen Probleme und positiven Dinge erkennen während dieser drei Tage. Das braucht geschulte Beobachtung, aber das funktioniert. Das ist mit anderen Methoden völlig ausgeschlossen. Und das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, das ist jetzt organisationale Transformation auf diesem bestimmten Niveau. Entschuldigen Sie, wenn das ein bisschen länger gedauert hat, aber vielleicht können Sie ein bisschen was mitnehmen. Gut, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade so festgestellt, wir haben bestimmt noch sehr, sehr viele Fragen im Raum. Jedoch haben wir leider keine Zeit mehr. Ich stelle auch fest, man hat Vor- und Nachteile, wenn man so ein reich besetztes Panel hat. Es sind wahnsinnig viele Informationen. Jetzt in diesem Format ist vielleicht der eine oder andere mit seiner Frage zu kurz gekommen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich schon mal hier bei Ihnen vielen bedanken und auch bei Ihnen im Publikum. Ich glaube, wir haben hier gesehen, wo auch so Beispiele sind, wo Ihre Transformation gerade ist, was Ihre Fragen sind. Und wir freuen uns auch drauf, wenn wir das dann nach der Kaffeepause weitertragen können und schauen, wo können Sie vielleicht auch hier selbst Synergien und Netzwerke schaffen in der Rhein-Neckar-Region und auch darüber hinaus, um das Thema Transformation hier voranzutreiben. Was sind noch offene Fragen, die Sie beschäftigen? Aber was sind auch Angebote, die Sie schon mitbringen, um Transformation gemeinsam voranzubringen? Mit dem möchte ich mich jetzt verabschieden. Und dann sehen wir uns hoffentlich nach der Kaffeepause sehr reichhaltig um 16.30 Uhr wieder. Das machen wir dann genau. Wir werden dann in Untergruppen weiterarbeiten, um dann, weil jetzt warten wir erst mal, wir hoffen jetzt, dass Sie alle wiederkommen. Das ist der erste Schritt. Und dann versuchen wir, Sie in arbeitsfähige Gruppen zu bringen, damit Sie dann auch dort in den direkten Austausch treten können. Also der erste Schritt wäre jetzt erst mal, alle wiederkommen um 16.30 Uhr und dann arbeiten wir weiter. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Frau Dörner, darf ich noch ein letztes Wort geben, die ich mich jetzt ausdecken kann. Bis ganz zum Schluss bleiben, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie vielleicht auch wegen mir unter anderem nur Viertelsaufteilung da waren, insofern Sie das interessieren, was ich hier beizutragen hatte. Herzlichen Dank auch Ihnen als Kolleginnen und Kollegen. Es war mir ein Vergnügen, es war mir eine Ehre. Und ich bin jetzt nicht Spezialist für Ihr Fach, für Schulen usw., sondern eben für andere Dinge. Herzlichen Dank. Und alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.